Ja Leon, zweiter Sieg in Folge 2 zu 0 auf dem Betzenberg. Am Ende völlig verdient. Glückwunsch, was hat aus deiner Sicht den Ausschlag gegeben? Ja, aus meiner Sicht auch völlig verdient. Ich denke, wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, die zwei Tore dann gemacht und in der zweiten Halbzeit dann das Ding sozusagen nach Hause gebracht und alle überglücklich über diesen Auswärtssieg hier am Betzenberg. Es ist echt ein super Gefühl. Gerade auch vor über 20.000 Zuschauern, das kennen ja auch noch nicht alle in der Mannschaft so. Wie ist das? Wie erlebt man das auf dem Platz, gerade nach so einer Corona-Saison, die wir hatten ohne Zuschauer? Ja, super Gefühl. Also gerade, wie du schon sagst, nach so einer Corona-Saison hier auf dem Betzenberg vor so vielen Zuschauern zu spielen und dennoch zu gewinnen, ein gutes Spiel zu machen. Einfach ein super Gefühl, dass wir jetzt noch gewonnen haben, noch besser. Also wir fahren echt mit einem sehr guten Gefühl nach Hause, denke ich alle. Ja, könnt ihr zurecht. Vor allem macht es auch richtig Spaß, von außen zuzugucken. Es ist viel mehr Struktur drin, hat man das Gefühl, als noch vor Wochen. Viel mehr sind die Räume besetzt und ihr seid kaltschnäuziger geworden. Ja, auf jeden Fall. Wir machen jetzt die Tore. In der Vergangenheit war es oft so, dass wir ein Tor gemacht haben, den wir nie nachgelegt haben. Jetzt machen wir das. Da sind wieder 2-0 in den Führung gegangen und ja, spielen das auch, das 2-0 zum Beispiel super raus. Und ja, spielen trotzdem mit der gleichen Leidenschaft weiter. Und das ist, denke ich, im Moment auch starkgebend, dass wir, dass wir die Siege dann, oder diesen Endstand, diesen Zwischenstand über die Zeit bringen. An Halloween den roten Teufel mal richtig die Hölle heiß gemacht, ne? Ja, so sieht es aus. Jetzt freue ich mich auf eine richtig gute Rückfahrt. Der Kapitän ist da, Hendrik. Glückwunsch zu einem verdienten Sieg in einem nicht ganz so einfachen Spiel, was ihr aber, glaube ich, dann relativ souverän runtergespielt habt. Und wenn ein Spiel am Betzenberg einfach wird, dann bleibt auch was falsch, würde ich sagen. Nee, vielen Dank. Also ganz wichtiger Sieg. Zwei Siege in Folge. Das gab es noch nie in meiner Zeit hier bei den Kickers. Und tut unheimlich gut, muss ich wirklich sagen. Und am Ende 2-0 souverän gewonnen. In der ersten Halbzeit sogar die Chance aufs 3-0. Klar, am Ende auch viel noch in letzter Sekunde gerettet, aber das gehört dazu. Zwei Siege in Folge, das schon gesagt. Und, und das freut den Torwart, denke ich, besonders zu Null. Ja, die Bilanz ist ja auch noch definitiv zu verbessern hier bei den Kickers. Ich glaube, das dritte Mal jetzt. Nee, also in dieser Saison das zweite Mal. Ganz wichtig, auch für mich persönlich, muss ich wirklich sagen. Ist einfach ein schöneres Gefühl, ist auch für die Mannschaft wichtig. Hauptsache gewinnen, aber dieses zu Null bedeutet einem Torwart schon was. Deswegen ist es gut. Der dann auch vor der Wand stand eine Halbzeit lang, vor der roten Mauer da hinten. Man hat das Gefühl, die haben sich ja mit viel Pfiffen empfangen und viel auch versucht, das zur Ruhe zu bringen. Und du hast da auch so ein bisschen dann mit Ihnen gespielt, sag ich mal, ein bisschen Zeit gelassen bei Abschlägen und so Zeug. Du hast es richtig genossen. Das ist deine Welt, ne? Ja, das ist total meine Welt. Ich bin im Pott aufgewachsen bei Rot-Weiß Essen und Borussia Dortmund. Da ist das normal. Und deswegen habe ich auch bewusst mich dafür entschieden, erst mal auf der Seite zu spielen, damit unsere Mannschaft richtig heiß ist. Direkt wir richtig ausgefilfen werden. Flogen ein paar Feuerzeuge. Das ist geil. Das ist Fußball und dann zu gewinnen. Schöneres gibt es nicht. Ihr wart richtig heiß. Ihr habt richtig strukturiert dann auch gespielt. Sicherlich hat laut an die ersten zehn Minuten gedrückt und dann auch natürlich so die letzten 30 Minuten. Klar, die mussten ja versuchen, zum Anschluss zu kommen. Aber irgendwie hat man gemerkt, ja, an Halloween, den roten Teufeln, die Hölle heiß machen, das ist richtig eure Welt. Ja, hab ich auch das Gefühl. Ne, wir haben uns an Plan gehalten. Das war einfach wichtig. Sehr konsequent verteidigt, immer schnell versucht wieder rauszuschieben mit der Viererkette. Jeder hat sich in den Ball reingeworfen. Es gibt trotzdem noch viel zu verbessern, auch in der zweiten Halbzeit da noch den einen oder anderen Konter mehr zu fahren, ein bisschen mehr Ballbesitzer zu haben. Aber in unserer Phase ist das gerade scheißegal. Hauptsache, wir haben gewonnen. Und ein bisschen mehr Zeit jetzt. Es geht ja erst Montag in der Woche weiter gegen Eintracht Braunschweig. Wie wird die Rückfahrt ablaufen? Ja, so lange ist die nicht. Also, unsere Jungs, wir spielen immer Karten. Das wird auch weiter so sein. Jetzt, wenn wir verlieren, können wir es natürlich nicht machen. Wir werden ein paar Karten spielen. Ich denke, die Musik im Hintergrund wird weiterlaufen, die Mallorca-Musik. Und dann werden wir uns morgen früh wieder treffen, einen Tag Pause machen. Und dann kommt mit Braunschweig eine brutal schwere Aufgabe dafür, müssen wir uns fit machen, weil ausruhen können wir uns sicher nicht.